Erstmal muss ich mich hier tiefer insetzen, was ist hier los? So. Die Vierer-Armboss geht mir so auf und sagt, Leute, zieht euch doch mal... Es ist Ende des Vibes. Ihr habt ein Level 42, Jungs, zwei unter mir. Da kann man sich doch irgendwie ordentlich anziehen, oder was? Man muss doch ein bisschen, ein bisschen gönnen. Steht ihr da so einmal im Verlassen auf dem Stein rum? Ein Fels in der Brandung. Nicht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er alleine war. Ich versuche dich, bitte. Okay. So, jetzt... Ich weiß nicht, dass ich mir nicht mehr verraten habe. Ich weiß nicht, das alles. Danke. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr verraten kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich da rausgeißen kann. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Junge, Maschine, ja? Zu Gott hab ich gebetet. Oh, das war ich! Warum schießt du mich da da, du Affe? Weil ich nicht gesehen hab, dass du aus deinem Raum raus bist. Du wolltest nur noch das Portemonnaie. Nein, wollte ich nicht. Dann geht's jetzt zu dem Portemonnaie. Danke. Ja. Scheiße. Es tut mir leid, Alter. Auf zu lügen, Mann. Ja, ja, rechts die Veko. Geh weg, geh weg. Bist du angeschossen? Ja, ja. Der lädt grad nach. Hab ihn. Hab noch ein Spieler. Hier, da bist du glaub ich, ne? Das ist der, der lag und ich lieg grad da drüben an der Wand. Und der war da in der Mittelftoilette. Weiß ich nicht, der wird rechts oder links da in irgendein... ...miss dritte hocken. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ist er von mir? Du musst nicht beilen, ne? Ja, ja, ich weiß. Was stöhnt denn hier schon wieder so im Hintergrund? Mein... Entschuldigung. Ne... Hahahaha Häh... Oh, hab ich mich verjagt?! Eilt... Eilt... Baah... Hahahaha... ... ... ... ... ... ... ... Uuuuuh Anternat von mir Da sind wir bei GANI Da sind wir Ja, da sind wir Was haben wir da? Ja, das ist Da sind wir da die ist tödlich ist das ein spieler? das ist fucking spieler! der hat die schon gelootet das ist ein Sucker! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alter! Nein! Oh mein Gott, ich bin... Wir sind tot? Ja, ich glaube... Boah, jetzt rennen die alle draußen rum, oder was? Ich habe mich gerade selber mit einer Handkanade getötet. Da vorne ist ein Spieler. Oh mein Gott. Das war jetzt ein bisschen Munitionsverschwendung. Das war jetzt ein bisschen Munitionsverschwendung. Hab ich mich verjagt. Der hängt an dem Baum, rechts davon. Keine 10 Meter oder 20 Meter von mir weg. Ich habe ihn noch gesehen und der Knall war wieder so laut. Äh... Sorry, ich habe mich so verjagt. Was war das denn für ein Ton, der da gerade rauskam? Das geht ja gar nicht. Wo sind die? Hab ich ja... Eieieiei, was für Schüsse. Hä? Die waren ja wohl... On Point. Ey, das ist umgefallen. War bestes Brain Prey. So sieht's aus. Da... cemetery. Warum? Untertitelung des ZDF, 2020